Fuck! Ey, das ist ein Arsch doch, ey! Ich denke wohl, sie können sich alles erlauben was. Aber da haben sie sich geschnitten. Raus aus meinem Bus. Das machen sie nicht. Nicht in meinem Bus. Auch aus meinem Bus. Aber ich dazu kann sie nicht mehr stehen. Er hat sich nicht mehr tun, es gibt einen anderen Bogen. Verkauf es mal, diesepassen, dass du mal einen Bogen hast. Aber ich bin eine Chance. Wenn ja, ich bin einiger Weg für mich für mich. Dann fallen sie. Dann gehe ich nach. Dann geht es mit einem funnel ab. Dann gehe ich noch mit. Dann schieß ich einfach jetzt. Dann kann ich mich hier. Vielen Dank.